Mein Deutsch ist nicht mehr so gut wie früher, aber ich würde es versuchen. Danke very much. Auf der Schule wächst man auf mit Colin Doyle und Sherlock Holmes. Ich habe Spaß gehabt und die Leute sind alle sehr nett und sie wissen jetzt überhaupt nicht, was ich sage. Also kann ich sagen, was ich will, aber ja, das wäre es.